Ahja... Haha Vom Baum kriege ich es mit einer Impulse hin, aber nicht mit zwei, das ergibt keinen Sinn. Wollen wir dann FIFA Online gegeneinander spielen mit unseren FIFA Ultimate Teams? Äh, nein. Doch, wir haben beide 183, lass ein bisschen gegeneinander schwitzen. Äh, nein. Ich gebe mich noch so oder so gegen dich. Papa. Ich habe schon die härtesten Gegner auseinandergenommen. Papa. Das einzigste, was du auseinandernimmst, ist deine Fehler am Abwenden. Wen hast du im Sturm? Wärmer. Bah. Unkommerub. Jetzt bin ich ab. Mertens. Ja stimmt, und links hast du den Lukaku. Noch? Er hat mir schon so ein Team angeguckt. Lodest. Meine stabile Fünferkettin, FIFA. Man kennt's, Digga. Ha. Okay, wo gehen wir hin? Nein. Ich habe ein Saddy bei Squad Battles, hab ich den, äh, Saddy bei Elite 3 hochgehauen. So. Weil ich bei ihm gespielt hab. Weil ich bei ihm gespielt hab. was ich nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht beim Busfahrer bedankt. Es gibt schlechtes Karma. Doch hast du. Hast du? Okay, gut. Ja. Dann gibt's gutes Karma. Habe ich vielleicht doch ein bisschen Lack in den Küssen. Es gibt kein gutes Karma. Doch. Entweder du hast Karma oder du hast kein Karma. Stopp. Nein, du hast gutes Karma. Äh. Äh. Nicht los. Komm welche mit? Komm Monta und Sidi mit Papa. Da ist ja niemanden. Besser ist es. Besser ist das. Ahja. Der ist mir das so belassen, dass die Pumpe... Ich finde das so belassen, dass die Pumpe draußen ist. Ja, ist aber jetzt eine neue drin. Ja, diese Kampfnote. Ja, die Scheiße. Und die Tomigan ist drin. Ja, das ist geil, der. Die Tomigan für Tom. So ein Ding ist das. Tommi, ach du Scheiße. Tommi, ach du Scheiße. Der, ich hab' erstmal einen Slurper. Tommi, die meine Schöne. Weiß noch, wo er dann im Winter reingegangen ist, weil er salzig war. Und war dem kalter. Ja. Brrr. Ist ja nicht so, dass den ganzen Tag schon gefühlt Minus gerade Job war an dem Tag waren. Also ich bräuchte nur noch Einen Mini und dann... Ich hab' den markiert. Ja, easy. 40 Meter. Ich glaub' das mal Metall vorbei. Hätt' fast wieder Blech gesagt. Blech. Ich hab' den Blech. Wann kenn's. Du bist aus für Blech. Wann kenn's. Wann kenn's. Wann kenn's. Wann wirst du wohl auch nicht herland? Hey, John wusstest du eigentlich, dass ich Naruto bin? Das so was bist du? Naruto. What? Ja. Du weißt schon, dass der Mini unten ist. Das... Äh, echtes? Ja. Nein, Skin oder was? Nee. Guck mal. Guck mal. Wenn du jetzt wächst, der... Benaruto. Ahja. Warte. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht, aber... Ahja! Wer ist Anna? Digga, du hast mein Leben gestreichelt. Ja. Da stehen. Du denkst, das hab' ich gefallen. Der macht einfach... Jaha! Er macht einfach den Depp, der kennt er absolut nix. Im Stream wird nicht gedeppt, mein Jung. Übel. Fast kurz. Das läuft. Aber als ob du nicht Naruto kennst. Was ist das? In Anime, du bist du denn? Ah! Ah! Ey, soll ich mal ein bisschen... Dings machen? Dings machen? Dings machen? Äh... Werbung. In your WhatsApp-Story reinstellen. Ja, mach ein bisschen Werbung. Stream. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Warte. Warte. Der, ich komm' nicht mehr bei dem Sound drüber so fett bin ich. Na, danke schon. Brauchst du ne grüne MP? Äh, nein, ich hab ne grüne Tomygon. Knoppen. Kali... Kali... Vi-Torch, die hätten lieber keine Ahnung, irgendwas rausnehmen sollen, was man nicht braucht. Aber hier drin ist die Taktisch, äh, die neue Pump. Die, die Notenpump? Ja. Die timege nicht mehr zuerst nur die Kampfnote. und hier ist nur eine grüne Eier ja ich habe eine grüne Eier ich habe grüne Eier, da kann ich besser lasern ey John, hier sind deine Lieblingsgranaten nein, keine Pulskanaten, verpistet geh dich vergraben, geh dich vergraben damit oh ja, ein Mettkitt, Mettkitt ist gut ein Mörder ja, komm, 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 komm die Wechsel mit der Schwestern aufschwulen in der Strait in Wurden von den Zweifelszentren die Wechsel wie behandelten man am besten zu retten mit der Kreis so ein Ding in der Baumhaus noch hoch Ja, wo ist das Baumhaus? Ob du behindert bist, hab ich gefragt. Folge mir. Nichts Baumhaus, meinst du? Na, das aus dem Montezu-Film, das Baumhaus. Hä? Ach, du meinst die Baumkiste dort hinten? Ja, Baumhaus. Nee, da geh ich nie hin. Doch, da gehen wir jetzt hin. Inshallah, wir kriegen einen guten Lot. Ich geh hier jetzt hoch. Wo hoch? Na, hier hoch. Ja, ich geh Baumhaus. Ich geh in die fliegende Drohne hier oben. Was bringt ihr das? So ein Ding ist das. Nur am Schimmel wieder, der Jung. Ah! Sind dagegen? Nee, ich bin zu weit oben gewesen. Ja, ich komme da nicht mehr, ich bräuchte mich. Keiner noch was, das. Komm, Baum, Baumhaus, gib mir Lucky sein Ursprungsvater. Äh, nein. Äh, doch. Äh, nein. Wir sind hier nicht bei, wir sind hier nicht bei Master Scorpion. Baubak, ihn da. Äh, nein. Komm, Junne. Äh, ich kann nicht mal ein junger Ausspringen. Muss los sein. GG Baumschmuck. GG. GG Schlangen. GG, komm. Und jetzt noch mal ist Fresh & Tanz hinterher. Nein, kein Football? Ach man, stimmt, die Häuser sind ja wieder ordentlich. Ein fresher Tanz, dann noch ein Depp und dann Inshallah Schicksalschlag. Schicksalschlag? LAMI! No, Digga! Ja, gönn, ja. Weißt du, ich tanze hier rum, mache GG, mache dies, das ananas und dann hinter mir steht einfach ein Lami, hier steht einfach die ganze Zeit hinter mir. Dies, das ananas. Jiggy, Jagger, Juxen. Juxen? Ja, Juxen. Ach so, hier oben und den Gedingspunkt. Jetzt auch den Michael Juxen. Ich hab die Schattenbombe. Häh, nur die Schattenbombe. Bombe. Mörder. Ich hab den Fakt hat mitgenommen. Fickser, ja, alles gut. Wo muss ich eigentlich alleine durchzutet laufen? Oh nein, oh nein, die Zone ohne, oh nein, komm, 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 hallo, hallo. Umst. Äh, äh, ich hab ein Problem. Ich komm mit mir nur nach oben, aber nicht in die Reite. Mit dem scheiß Windkanal. Booster doch. Digga, ich sterbe an der Zone. Booster. Digga, wir talking sterbe an der Zone. Ja, ich kann nicht mehr an der Zone. Ja, deine Schritt nicht mehr. Nicht nach oben, ich bin hier ordentlich da. Ich glaub, ich muss mir dann wenden. Falls ich es überlebe, dann muss ich doch nicht überleben, aber ich muss mir direkt den Chak-Chak in Dauern. Den Digi-Tag. Den Hinterkippen. Den Hinterkippen. Den Hinterkippen. Den Hinterkippen. Den Hinterkippen. Digga, mal wieder absehenden. Den Hinterkippen. Den hinterkippen. Den, den unterkippen. Ich wollt grad sagen, bei mir ist ein fetter Typ. Oder, da kommt du. Einfach wie in der Bein. Dann hab ich doch gemerkt, ich war doch richtig. Ich hab grad wie in meiner 8. Runde erstmal auf einer Zone gestorben. Wie bringt hier vorne entgegnen? Ja, dann mach dir davon auch. ich höre sie mir 133 meter der hat mich gesehen 86 noch hätte ich hab zwar jetzt zwei jetzt zwei jetzt ich glaube zwar nur ans fahrzeug aber das ist ja scheißegal oder nee der hat mir gerade fast ein headshot gedrückt ich habe ihn zwei heftige gegeben aber halt nur aufs fahrzeug so ein ding ist es nämlich die haben so viel glück gehabt einfach mein ganzes schild weggemacht nicht so aktiv rein pushen die nächsten sind tot das gebe ich dir schriftlich okay äh John wollen wir nicht so ich hab hier nur rift äh wir könnten auch ja wollen wir wir könnten auch nicht in mit so viel mit ja das wollte ich sagen aber scheiß auf den Luthoff der Luthoff ist böse das äh ist jetzt was tust du ja runter würde angehördelt naja auf mich wurde geschossen ja ach echt auf mich auch ich nutze ich meine ja mach ich auch muss aber in die andere Richtung auch nee bei mir ist es der Jude ja gut das war's doch egal ich wusste ja äh kommt zu mir auch immer mit dem Posten ein scheiß WLAN muss ich jetzt noch sagen ja wenn ich in den 300er Ping kriege muss ich jetzt sagen dass ich ein Schwerpunkt habe ja ich hatte zwei ich hab sogar drei Fallen ich hab sogar drei Fallen ist hier in dem LKW noch was ich hab jetzt mehr Schwerpunkt was ne ALTER doch eine Munitionsküste auf Ehre wie komme ich jetzt hier hoch wenn ich baue bin ich so auffällig dann sehen mich die durchgewonnen Kinder auf ganz sneak werde ich ihn jetzt wegsneiden den Huren oh ja so ein Ding ist das nein der Schieb direkt wieder baut jetzt muss der Huren ey nicht von allen Seiten uncool 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 hallo ich kann mich wechseln Digger ja sie kommen wieder von allen Seiten angekrochen die kleinen dreckigen Wichser Digger ich hab den einen so gut im Sniper und dann hat der andere Auge auf mein Anus gemacht jetzt ja das war's ja 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 Tim du musst glaube ich auch mit rein schreiben in deinem Status bei welchem Kanal ne die wissens doch die schreiben mir doch dann ah ja wie viel haben die schon geschrieben ich glaube wir machen mit ihm random wir machen mit ihm random warte ja nein Ferber denk dran dass es german und nicht juni heißt Kannst du Deutsch sprechen? Germany? Ja, besser Fuck, fuck, fuck Germanien Ey Ohne Mist Leute, denn Lukas will jetzt einfach noch in den Dash-Wan mit rein Ja, moin Digga, das war's komplett Welcher Lukas? Gödo Vincent gekickt Oh Er schreibt jetzt rein, dass er mit dem Dash-Wan kommt Hello, mate, hello Saloma, Dieb, Dieb, was auch noch mal Ich hab den Bock mit Gödel zu zocken Der geht mir dann nur auf die Nerf Der kommt doch nie rein Wir stellen noch privat und dann können wir... Digga, die Übernahme ist ja übelst und fair Hello? Hello, wo's noch mal, mate? Oh, das ist jemand, der muss mich drauf Hey, wie am Mike? Hey, wie am Mike? Hello Döda, 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 döda Hä? Hommes Mörder Mörder Wichser Für mir kommt die Zahnfee nicht mehr, ich hab die umgebracht Oh ja Oh ja Rettet die Wale erstmal Japaner Äh Oh ne, ne, wir sind so ein fetter Jude Man kennt ihn, die ist das Ananas Die ist das Ananas, das Einspruch, ja Bei Tim? Nur irgendein Schachtweiß im Spiel drin Äh, äh, äh Ja, der Willi Da war ja WW2 gezockt Da kommen irgendwelche Zombies aus dem Loch raus Und ich die ganze Zeit so, das sind Juni Okay, ich hab nen Trampo, Waffen sind wieder rausgepatcht Hab nur nen Trampo, muss los Ich hab nur Akku Und sonst Lieblingsgranaten Och, halt die Fresse, Digga, geh dich damit vergraben Digga, hier gibt's keine Waffe, hier gibt's Impuls-Granaten Sonst Lieblingsgranaten sind Impuls-Granaten Ja, Kappa Kiste Isda Kiste Isda Ach, da war Bei der Voren war ich grade Level 50 Okay Und dann hat schon abgebrochen Ja, weil ich keine Woche hatte, was so alt ist Weil er ein Scheiß an und dreißiger ist Ich bin ein Scheiß im Puls-Kanal John, wenn du schon sagst, wir machen im Deck an, dann ziehst du durch Selbst wenn du es die Fall, wenn du selbst wenn du die ganze Zeit verkackst Digga, Tim, ist auch nicht mehr weitergekommen Hä? Ich hab grad mal Level 50 geschafft Ich hätt noch weitergespielt Nein, ich hab eigentlich nur ausgemacht, weil Ich hab, äh, Dings, ich hab euch nicht mehr gehört Weil du kein Bock mehr hattest, ja Nein, und weil ich euch nicht mehr gehört hab John, du kannst es einfach nicht, gibt's doch einfach zu Ich hab noch 100 Leben für jemand Ja, ich auch 100 Leben, 150 100 100 Blu-Live Ja, hier, 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 hier Ja Nehmen dir Nehmen dir Nehmen dir Wenn irgendwann mal in England bist Und er fragt, wo hauen Nehmen, der war schon Ja, aber falls irgendwann Äh, 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 äh Ne, was du nicht Neh, äh Ich bei euch Bezahlen, die sind kackt, damit ich eng sprechen muss Ja, ich geh um, dort nie hin, lol Ist echt so deutsch, das bleibt einfach besser Auch meinst, ne, kann aber egal Auch, egal Eigentlich mit Die, äh, sind die, äh, die Gegner Hey, sind die, äh, äh Ja, John, John, Bush, Alene, Vorwächste Neh, sind nicht mein Impuls, kann haben, muss man Digga, ich hab noch, nein, hier sind Gegner, sind nicht mehr gut Ich hab schon Nehmen, dir eine grüne AK, Vorsicht Okay Oh nein, Hilfe, ah Äh, Tim, bei uns, zu uns kommen Gegner Achtung, Hilfe, helf Warte 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 Du fette dumme Sauer Och und dann noch mit dem Infanteriegewährdiger Diese Waffe kann man nicht spielen und erholt ihn damit Ich pack's nicht Herr von wo? Denn Ja, die ja, war ich Ich muss erstmal schätzt, schätzt, schägen Der ist im Fenster, im Fenster oben im Fenster oben Kann man in mir Nya, nya, nya Nya, nya D-Nya, nya, nya Nein, Tim, das Wohder, der Wohder, der Wohder, der, kommst erst mal Das Wohler Tim R25 25 Leben Tim Yo, äh, was warst du? Tom D-Drum, ja Kommt nach 25 Leben der andere aber nicht äh wir quitten raus habe ich gehört warum ich leite ihm ist doch nicht mal tot warum wird er bei mir auch so ja ich hab doch ich hab keinen bock mit dem göder zu zocken und der will rein die olga das soll er nie ja der war ich lade ihn einfach nicht ein da kann ich nix hä, wollte das Schild her aaaah ok kann man jetzt bitten kann man jetzt bitten ja ich tschüss er hebt uns auf ja viel Spaß alleine ja ja er hat keine Beine wo haben wir was einfach nicht? äh äh witz Pani ist online Pani 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 ich lad Pani hin ja stopp einer aus meiner Klasse ne stopp der ist voll der Streber oh der spielt schon zu zweit den lade ich doch nicht ein aber ich hab äh äh ok hoffentlich kriegen wir jetzt mal irgendeinen Typen der reden kann ich will das sondern aber den lade ich ganz sicher nicht ein der hat meine Anfragen geschickt gewonnen was mit meinem Schwanz keine Ahnung ich bin gerade auf Instagram oh oh geil oh nein die Chips Zauber du willst einfach mein Idol lol Kappa Pani kann nicht tanzen ich nehme den geilsten Skin ever ja nicht den besten Skin ever ja Tim das war's mit deinem Kampf äh 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 und wieviel gucken zu John lol auswächst die 6 der gleich guckt noch einer mehr zu ja Baby ist nicht lol nein ja ich hab's auch fest ich hab's auch fest hallo Sabulanu hat der Mike ich abonniere euch mal ok hallo hallo Sabaa kennst du wenig Naruto ja klar ja ich hab zwei Schwerter in der Hand bin ich dann auch Naruto Digga mach den Sabaa mach den Ding hab ich ja übelst komisch an das geht um sagt wenn das doppelt läuft Digga ich guck jetzt schon zu auf dem Stream mhm 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 M shake mhm Mw mhm 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 even M o 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 wenn die Kölner nicht mehr als der Fall bis zu Lava gefallen dort vom Baum abrückten die Fettfinger man kennt die Dinger und die Geduld ja ich hab ich habe noch nicht meine Waffe was das sind doch doch meine 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 Mann dort hat er gebraucht die will ich nicht die Gäste die will ich nicht der Erzemberg ist in Frank Liga er hat um es ist er geht ja auch hier müssen ich habe auch so ein Grund und was passiert Mikrofon sein Typ okay und so was er sagt er hat die Welt mal nach dem Fall Prozent die wir sind nicht mal die Köln Wichser Lull wichser ich hatte kurz den er zwei mörder den gesicht stört ich habe keine rett ich bin unhöflich nein ich bin einfach nur unhöflich ich habe kein tor ist ich bin einfach nur unhöflich um ist unser medkartier wer hat mich zugebracht ich habe noch ein ich habe noch nicht in hohe um der kräfte auch mit der haupt kann ich es noch haben er wollte ich kann mich nicht nehmen so nicht nur ein mini mit der vor Ort der Türke heute die Grenze von der Sonne was er geht so nicht wenig so ein Nub ist das Alter wenn der jetzt keine fünf Kilds aus Ort dann geschichte keine Anfrage Prozent Prozent erheuert schon mal nicht ab das heißt er muss mit dem Buss haben Prozent im Haus der Diener und ich habe auch mit dem Medien ja ich will gerne eine Diebel ich habe aber zuerst und ich habe es gar nicht auch schnauzig so wird er nicht zuerst gesehen Scheißers Nied wenn du dir ich bin es dir obwohl ich brauche die Angelegenheit selber Warte so gut Arie Aachen Prozent Schleimann Arzt ein Einfluss nach oben der Welt ist so ein Wohlwollern der Welt eröffnet er soll einfach nur ein Schatzschatz Koppel weil nicht im Baum landen nur nicht im Wahrheit von im Baumland und hier im Baum Prozent Neu-Pump Kohl die Scheiße ist ja man nicht das ist die Kampfnoten die habe ich nicht weil ich habe noch ein Wort der Ticket ich will doch wenn ich habe auch nur eine große Ticket Prozent kann ich ja mal der ich habe mit der vielleicht einmal bisher getroffen oder mit der gespielt ja ich auch ein Eintreffer mit dem ich habe auch mal getroffen aber der Bewerber für den Sitzert gemacht dann darf ich deinen Judenstreich in den Aufmerksamkeit der du kannst meinen der Stärken und Taktik und kann kein Wettbewerb er will kann mit 2 kann mit jemandem verheiratet die habe ich genommen haben wir oft noch der Wurzwein die die ja komm dass der schlechte war war es Spieler die Park geben genau auch der Welt ist schlecht das haben wir noch nie gekürzt aber das ist das mal noch nicht aber ich bin auch mal nie der schlechteste ist es auch nicht ich bin zweit stückte und du bist der Allerschlechteste aller schlichte der Aller-Echte der Aller-Echte mit dem Gebets-Täppich in der Hand man kennt ihn er braucht halt die Diegelte und ich hab kein Bock auf die Prozent ja ich bin dann lieber was du möchtest das sind alle dafür in der Saison und diese Zeppelin eigentlich abschießen und erneut die Stärken ein nicht dass sie das ausprobiert hätte ich weiß dass man könnte ich hab's dort gesehen schon kann man nicht wirklich abschießen er hatte mit der Papier am besten dann hast du Moni schnippern 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 die Gemeinschaft Sniper schnippern ja nein warum nicht mit mir halte ich ein Jahr ich brauche doch nur nicht mehr die schnippe Moni ich wollte nur eine Technik das würde mir schon reichen ja graue ist die nicht ach so okay dann nicht er solltet die mir die schnippe Moni hätte ich getauscht Prozent besucht schnippe Moni gegen der Technik äh was ist schnippe Moni schnippe schnippe ja schnippe Moni ja eine Fahre die Liedermassen an einem hier von welchen der Kreis-Alarm-Geräusche das heißt in Köln-Geräusche so in dem Blutspiel hier liegt irgendwas der Degas Infantriegewerke ab Hüffe die sind vertreten Alarm Habe Abdecknack der Kanzel ein jetzt los das los die Leute die erdeckte Neupunkt ich hab grad die Gold gefunden aber auch abzuhalten auch bei der Maschine Pumpe, äh, tankt man nicht. Wahrscheinlich Pumpe, oder? Herr Lul, hier ist sogar noch eine Kiste. Ja, hier ist die, aber noch eine Kiste. Ja, wo ist die, Herr Lerner? Ja, bei mir. Irgendwohin, dass sie. Papa. Danke für den Tipp, Tim. Mann, ich würde. Hat jemand 8, immer wieder gehen? 8 HP. Die Flick hat einer rumgelaufen. Ja, ich hab keine gesagt, der Flick hat einer rumgelaufen. Ja, wo bist du denn? Ich bin bei Tim in der Nähe. Der hat jetzt die blaue Pumpe, die neue liegt oben, die liegt dort oben. Ich hab den Gold. Ganz oben? Ja, da hat er auf mich geschossen. Ja, das war der Typ, den ich hat gefüllt, aber. Ja, der Schuss, nee, der dort, von dort konnte der mich gar nicht treffen. Der Schuss kam aus Zürich, ja, Tim ist halt so. Ey, unser Maid, der schlittet. Unser Maid, der schwitzt. Der schwitzt. Gegen den Busch, der hat nötet. Es ist nicht ernsthaft, der Busch, oder? Bruder, er ist Re-Process. Der Busch, der Busch, Ui, Ui, Ui. Oh, 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 oh. Hier, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Wo bist du? Bei me. Laser Alarm, oh, der, der hat keinen Busch mehr. Oh, oh, damn. Busch. Hapen. Busch, der Fall Damage, uh. Was? John hat jemand gekillt oder der Brust der Hekt der Hekt all das müsste dann richtig der Bob gewesen sein er das war wir hatten es war ein Wusch der war noch ja dann ist klar dass schon ich habe nicht mal ein HAP verloren Lull durch den HAP Puschen HAP verloren weil ich mit dem Puls Bob mich so weiter umgeschossen habe und entgegen der einen Jagdwärme hat jemand Pummen ich habe 18 Schuss ich habe auch wieder ein Brustmensch geben ich habe 12 Prozent der Konferenz der Pummener ist er wie sieht es mit euren Kölzer auf den Haaren auch hier war es reicht nicht ist die Fili vor verbraucht 50 Munition Pro Kampf in der Karte das wird mit der Nächste ich auch noch Deutsch können Kogler Kogler wo denn in dir und jetzt in mir er lasert ja halt komplett mann Digga da hat man sein Maid hat den hinten ist noch einer hinten ist noch einer ich brauche aber erst mal das Maid geht wo hinten na irgendwo dort in der Richtung nur dort in der Richtung ungefähr irgendwo Achtung die Snipen die Schnippen die Schnippen wo sind da jetzt hier bei mir rum kommt zu mir hoch Digga wo sind die wieder bei dem ein Achtung den hat 30er den hat ein 22er ich habe ein Wort lol Mann was bauten meint und da um hält mich ein eh was ist das denn für Lug Jürgen ist ein Jürgen irgendwo ja genau vor der Aua 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 die hat jemand hat jemand beherrn kommt zu uns also bg nie der drei kills ich habe auch eine zone der mail hat glaube ich einen jahr der ich bin mir nicht sicher ich hab zwei jumpers wir brauchen wir schaffen dass sie sie ich will aber auch ich habe noch ein ich gehe noch mal ganz kurz aus der sonne raus wieso der gegner sind er hat jemand irgendwas zu nehmen ich habe bloß er noch ehrt hat schon eine du bist fast einfach bei der johle das mit die meisten leben bei mir sind gegner ob du behindert bist ich habe fast kaum noch leben hat jemand raketen moni ja zwei stück warte hier sind ja schon immer wieder hatte was mache ich ich weiß nicht was ich drücken muss hier nein hier sind gegner hier sind gegner der mir hatte dort auf jeden fall sind gegner intensives push dann hast du noch raketen wir haben ihn neben noch Prozent zwölf gegner das wird der win kippo wo ich drei kills mache wenn wir die rolle nicht gewinnen dann fress ich zwei besen ja ich habe einen Mann warum hat man schon mehr als ich denn was ist dann hier auf dem Jahr was bei dir ja ich hole mir ja er gibt mir den hit mit dem Bogen ja hier liegen Minis hier liegen Minis warte ja ich brauche äh John guck dir mein Leben an äh gelitten Tim hinter dir pass auf I knocked I knocked Komm pushen 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 ja ich komm doch schon Digga wo ja bei den Gegnern ja wow hier hinten bei mir ja ich komm mit JumpHash es leben noch zehn Gegner das könnten wir sogar wirklich gewinnen dann Laser Alarm hat jemand Lagerfeuer? ja nein ne aber hier kaputt Hit 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 mit der ja ich stehe jetzt hinterher äh die Zone kommt eh zu uns ja xander hoch alter no hits alter jetzt kommen noch welche der Typ hat mir das hä mann alter warum baut sie nicht hat mir jemand helfen ja es hat einfach nicht gebaut danke John wo ist der Typ? das hab ich wenigstens mehr Leben aber ich hab halt kein Dings ich hab kein Dings ich hab alles gut ja ich hab kein nix zum healen ich hab absolut nix warum schießt jemand auf mich Digga ich seh'n Gegner ich seh'n Gegner warte hier ist nur einer hier ist einer einer sniped einer sniped äh ich bin knocked ach du bei mir bei mir der findet mich nicht der sieht mich noch nicht der hat mich gesehen ihr dicken Fok Achtung, oben oben oben, ja. Easy. Schmecken weg. Kappen. Kann jemanden meine Karte nehmen? Achtung, hat jemand unsere Kettenmonie? Äh, ne. Der Xaver hat einfach Gottes Loot. Geht nur noch, dann tacktackt. Ich glaub, im Bus ist einer, oder? Keine Ahnung. Wo kann die Snipes her? Die Snipper. Um, vom Berg irgendwo. Hallo, meine Karte kann jemand aufnehmen? Ja, ich hol. Noch gibt's nen Bus in Haunted. Könnt ihr noch Haunted nach Haunted gehen und versuchen den Bus-Dings zu machen? Dann, und wenn ich in Endfight mit ner Scheiß-Pistol geh, ist mir so egal. Sind bei dir welche? Ne. Digga, der ist noch nicht mal gelootet worden, das ist einfach nur ne Puste. Du, du brauchst doch nicht den Bauen. Geht haut den, geht haut den. Ah, da, ich seh welche. Ja, jetzt kommt der. Der in ist beim Loot-Top, der in ist beim Loot-Top. John, wen guck's denn eigentlich gerade zu? Äh, dir. Achso. Ah, da oben war er diese kleine Mist geboren. Äh, das mit Wiederbeleben war's dann ein Bercht. Komm, holt einfach den Win. Links, Tim, links, links. Jo, jo, hab gesehen, hab gesehen. Okay. Äh, Achtung, hier vorne ist wo noch irgendwo einer. Naja. Hat keiner ein Lagerfeuer, alter? Doch, ich. Das war's komplett. Das war's komplett. Ich sag noch, Tim nicht sterben. Tim ist mir auch erst passiert. Ja, und ich bin daran gestorben. Du brauchst doch keine Minis. Das ist doch bloß ein Fall, Tim. Komm. Tim hier hoch. Tim. Hopp. 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 dort warum sich bei dir unten mach kein risiko mit die geht ich habe keine medzze muss mir helfen er darf das komplett ja man junge hör auf mir so eine Tim, noch Hilfe! Tim, du musst runter. Oder so, ja. Abm, abm, abm. Easy. Noch ein, komm, den letzten. Der ist hier hinten bei mir. Der ist irgendwo da hinten. Der hinten bei mir. Oh, fuck it! Oh, dich hol ich hoch. Scheiße. Ich hör, Alter. Diba, ich hab sechs Leben. Ich wollt gerade so schön runter... Seilen, aber dann... Wollen wir den letzten Spitzhacken? Nee, 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 der ist krass, der ist krass. Das einfach. Ich hör mal wieder irgendwie extra mit. Dann mach mal ein Handy. Komm, der hilft sich, der hilft sich, der hilft sich. Jawohl. Ich hab 3. Ich hab 3. Ich hab auch 4. Ich hab 4. Ich hab auch 4. Und könnt ihr euch bewegen und dich nicht. Wer denn Opfer bist? Wer weiß oder Mondaci. Er hat immer eine Fies... Ja, es wird so ... So nämlich ist es nämlich... Und das sogar im Stream, du. Digga, kuss auf Linus. Bitteschön, John. Wie war das mit schlechtem Gameplay hier? Bin gar nicht nach Falschhallen gestorben oder so. Ich glaube, ich kann mir kurz Energy holen. Wartet, wartet. Bin gleich wieder da. Lel. Ich bin nur kurz bereit. Du hast einen Sieg erhoben. Deine Mutter hat einen Sieg erhoben. Ui, Nico ist ein Offreißer, du. Warum? Der hat mit irgendjemandem herumgeknutscht. Wie sieht der denn aus? LOL. Der Win-Gleiter sieht ja geil aus. Ja, das ist so ein Neon-Gleiter. Olo-Gleiter. Ja, Olo. So, ich bin wieder da. Ich war nie weg. Du warst weg. Ja, Energy holen, Lul. Oh, instant ausrüsten, Alter. Noch früher diese Tage einfach sich übelst über einen Win gefreut hat. So im Team oder so. Und jetzt so. Ja, Mann, ja, Mann. Win. Hier ist schon Standard. Ja, ist schon. Ich mach erst mal. Die Tür zu. Ah, so ein Ding ist es nämlich. Mann, der Booster knallt schon wieder. Du hast Booster, du Glücklicher. Nein, das ist Rockstar, aber egal. Wie du hast denn? So, jetzt der zweite hinterher. Ah, ja. Dann leid. Dann geb ich dir nen Booster. Okay. Kappa. Auf deinen Nacken. Warte, auf meinen Nacken. Hörst du's? Und dann, wenn du jetzt ne 10er-Bomb machst, 50 Euro PSN auf meinen Nacken. Tim, hast du's gehört? Auf meinen Nacken. Hm, ich will schon. Jetzt hab ich Nacken. Hast du meinst gehört? Nee. Wenn du jetzt ne 10er-Bomb machst, kriegst du 50 Euro PSN. Ah, drei hab ich da schon. Ist ja fast ne 10er-Bomb. Ich hab in dieser kompletten Season noch nicht mal 10 Kills. Kass, ey. Ich hab zwei Runden mit Göder, da hab ich ein Kill gemacht. Und jetzt die paar Runden, wo ich drei Kills gemacht hab. Sind fünf, oder? Volltief. Vier. Wo sind wir davor gelandet? Das hier ist. Ich sah aber meistens noch ins Holti, unser Haus. Unser Camp war versteckt. Die eine Runde war so geil, wo wir so getrennt waren und ich dann einfach zu dir geschlichen bin. Ist einfach so. Und vor allem die Zone kann beide Male gleich, beide Male zweiter Platz. Ja. Ach, die Runden meinst du mal so. Bruh. Bruh. Ja, sorry, Mann. Ich hab gedacht, Alter, der Gleiter sieht übrigens geil aus im Fliegen. Ja. Holographie? Ja. Hab ich auch Cut bekommen. Holographie? Ja, weil wir einen Win geholt haben. Step. Das ist der Win-Gleiter. Nämlich, komm mit in dein Haus. Nein. Oh nein, hier ist ein Gegner. Ich hasse mein Leben. Da kommst du. Ich bin am Stream, mein Junge. Oh, ein Nose-Gin. Hab einen Hit gegeben. Er sucht verzweifelt nach einer Waffe. Digga, da kann nichts gegen die Nose-Gin. Ey, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Er ist Wann schon. Er hat 20 HP. Wow, John. Was? Waffe, ein Wun. Mann, er hat 20 HP, die kleine Nutze. So eine Fotze, Digga. Ja, ich geh gleich mit Minigun rein. Hey, so ein dreckiger Ruhrensohn. Er ist so lächerlich. Komm, Tim, du mit Minigun, ich mit Pistole. Los geht's. Ja, warte. Pistole? Ja. Also, er hat nur eine graue Pistole, er hat eine graue Pistole. Und 20 HP. Und 20 HP. Einen Scheiß hat er, ich hab gerade 37 Headshot gegeben. Ja, dann ist ein anderer. Oder er hat sich die Hielt. Äh, rechts. Ich will mich, guck dir wieder zu, ne? Naja. Alter, du fetter Wichser. Ja, da ist man. Pick ihn. Äh, ich guck dann noch. Du fetter Jude. Ich dachte, ich würde laut ragen und dann kommt so Tim. Huch. Ah. Huch, Tim, was war da los? Kann ich gerade leider nicht hören. Die Gegner sind wieder richtig toll heute. Kappa. Ja, er hat ja wieder natürlich einen Pump, Alter. Oh, man, ey. Salzig ins Heute. Die Springs, man, kennst's. Digga, what the fuck? Jetzt erkennt's, ich mach mal nen Fingerabdruck, ey. Äh. Äh, äh. Digga, Alarm, Tommy, Gun, Pump, was hab ich, ne scheiß graue Pistole. Der Salzgeil steigt langsam bei allen. Huch. Tja. Digga, ich hab zwei Schluck getrunken von dem scheiß Rockstar, muss pissen, lol. Ach du, und du bist schon voll? Bei mir ist das bei Pepsi so. Bei Pepsi? Bei mir ist das nirgendwo so. So. Ja, außer bei dir. Ne, bei mir kommt das erst so langsam bei 5 Bier oder so. Bei mir war er 8. Dass ich so nen leichten Drang habe. Digga, ich muss noch zwei Schluck Energy pissen, muss los. Ah, Gott. Dackelblase ist da. Ach so, ich muss ja noch bereit machen. Ja. Soll ich Musik an den Mund tun? Der bleibt besser. Nein. Auch John ist live, lol. Ah wow. Nicht schon seit 49 Minuten oder so. Zeddy ist jetzt online. Ja, lader ein. Auch das ist besser. Ist das? Obwohl dann dann ralein. Ich kann sagen, man kann auch. Zeddy ist online nicht. Ne, ich bin dann Dolo. Zeddy ist das. Ich guck auf irgendwelchen Lappen, sonst wird es so. Ah, ha, ha, ha. Okay, wait, 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 wait. Ich bin weg. Okay, wait, 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 wait. So wie das eine war, wo Tim so richtig salzig war wegen den Impulsgranaten? Alter. John, das sind deine Lieblingsgranaten. Aber weißt noch, wo das, wo bei der Fuck-for-Fuck-Runde wurde einfach von Zerbe weggerannt? Das Lul. Ja. Wollen wir mal ein Kill-Rule machen? Wollen wir mal eine Camper-Runde machen? Ne, ich wäre für Kill-Rule. Nein, aber die Camper-Runde... John, keiner macht mehr Camper-Runden. Aber in den Camper-Runden haben wir immer gewonnen. So ein Ding ist das. So, ihr werdet noch Camper-Runde? Ich mache Kill-Runde. Hat den auch was ins Stream geschrieben? Ja, ich habe nun das. Ah, ah, ha! Ah, ah! Wegen Neo. Wegen Neo. Wegen Neo. Schiff-T-Geht-Geht-Hehrenden. Doch, ich. Ich will dann geben als Schiff-T-Geht-Geht-Geht. Dann gehen wir, Schiff-T. Wir gehen wir, Neo. Ob der immer mehr. Der Wind klauen wird sich so wenigstern. 45? Kommt auf Auschwitz? Warum will ich nicht Geld? Ich will auch nicht blau. Warum will ich Mila? Ich will pink sein. Oder Lina. Oh, komm, 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 komm. Ja, ja. Ach, das ist keine Waffe, das ist nur eine scheiß Munition. Oh ja, ich werde jetzt so hart verkacken. Mann! Komm schon! Nein, nicht springen! Nein, du Hurensohn! Mann! Kack, Noob! Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr einen Gegner mit der Spitzhacke schlagt, springt nie hinterher, wenn er runter springt. Ach, echt? Wer muss los? Scheiß, Kack, Noob! Hallo, kann mir jemand helfen? Nein. Xaver, bitte! Xaver, bitte, ich habe noch... Hä? Oh nein, hier ist ein Schattenhuren! Was sind die hatten? Xaver? 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 Kommst du runter? Ist der unten? Nein, der ist gerade noch. Der ist, glaube ich, weg. Äh, 26. Blöder, Peter! 23, 20, 20, 20, 18. Das war ein Seinplan, Alter. 16, 16. Hallo! 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 Doch nicht von klein! Ja, aber auch. Digga, wann stirbt denn der Typ da oben? Sicher, Tüch. Ah! Hat der der Lut? Der hat ein P.G. gehabt! Komm mal hin. John, ich bin gleich da. So, John, bin unterwegs. Nein! Stimmt, ich bin da. Geh zu meiner Neustartkarte. Du scheiß Hurensohn! Tim, so lange wie du nicht die N-Bombe droppst, kannst du alles rauslassen. Welche N-Bombe? Ja, warte, ich schreib's nicht. Ich kann das jetzt nicht sagen. Sonst wäre ich gesprich. Neger-Bombe? Ey, Xaver, da geht jemand an Dingspumps. Ja. Da wurde jemand hochgeholt. Ja, lol. Jetzt können wir nicht mehr hochgeholt werden. Mann, das war sogar den, den nicht... Oh. Da noch ein Anrecht. Oh. Xaver, den Bord. Okay, ich nehm alle zurück. Chaum hast du's wohl ausgesprochen. Kartoffeln einbrief. Was war das? Ein 15. Ein Scheiß-Hacker. Ja, ich bin raus. Hacking Pussy. Ich bin Schiss. Ich hab keinen Waffen auf dem. Egal, die fließen einfach nicht auf dich. Möwe, ihr Scheiß-Dreck-Schwitzer. X-Baby-Schnansch. Tim, äh, spielen wir FIFA 1-G1? Weil ich fünf Kills hab, oder wat? Tim, 1-1 FIFA? Nein. Warum nicht? Du verlierst vor, oder was? Nein, eben nicht. Ich würde dich nicht zum Beinen bringen. Ja, wahrscheinlich, oder? Oh. Oh. Pixar, um mich kurz zu erklären. Das letzte Mal, als Tim gegen mich gewonnen hat, hat er eine 90. Minute beim Stand von 1-1 einen dreckigen Elfmeter bekommen. Nur, weil Robben seine scheiß Rentnergene und seinen dreckigen Dümpelfuß zu spät rausgestreckt hat. Das war so lächerlich. Hab ich grad Tiltet geklirrt? Ja, hast du. Das Lustige ist, mein Name wird angezeigt vor deinen Kills, lol. Ich hab natürlich die fünf Kills gemacht. Schnauze, Katze! Geh wieder dahin, wo du herkommst, ey. Raus! Verpiss dich! Einen Schritt näher und du blickst raus! Katze, umdrehen. Umdrehen. Umdrehen, du hast hier nichts zu suchen. Ey, ich zähre bis drei. Eins, zwei, fünf. Raus jetzt hier. Da hab ich wohl auch was gelohnt. Ich verliere Tage. Jetzt wird Geilo Fred angezeigt. Aha. Tim, wenn du bist drin geblieben, hätt ich dich hochgeholt. Tim, du bist wieder drin. Du bist wieder drin. Mich schuld hier niemand hoch. Gibt's hier noch Lust? Du bist schon gelieft, du Wichster. Gibt's hier noch Lust? Ja, ich hab ja auch gesagt, mich holt niemand hoch. Ob's hier noch Loot gibt, hab ich gefragt. Nein! Guck doch einfach! Ja, aber hier gibt's kein Loot. Guck doch! Ja, hier ist kein Loot. Ich kann dem Money geben, aber keine Pump Moon. Ich hab nur fünf Schuss. Digga, ich hab nicht mal ne Waffe. Digga, da liegen 10.000er von Waffen, weil ich drei Leute da weggehe. Katze, geh jetzt raus. John, hast du Pump Moon, John. John, ich brauch Pump Moon. Was soll ich denn? Weil soll ich in die Pump Moon nehmen? Was schon? Ja, ne fünf Bogen, Mann. Hier spielt damit. Ja, dann nimmt er nicht mal Bogen mit Wester. Ich hab ne Tech, wenn er schon Pump Moon hat. Ich hab ne Tech. Mit zwölf, ja, 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 ja. Der Bogen vielleicht, hier ist ein Wies. Ja, besser ist es. Hartig, ich bin gleich. Und wie war's? Sehr langweilig. Hast du gesehen, wo ich dich markiert hab bei Insta? Look, nie. Musst du dann mal gucken, Lul. Ich find den, ich find den Tanz nicht. Hallo, hallo, ey, hallo, du Huren. Mein Jagdgewehr. Krieg ich das Jagdgewehr? Dann kriegst du Pump Moon, dann kriegst du Pump Moon. Wow. Au. Au. Ach man, ich kann nicht tanzen. Dann musst du kurz auf... Kannst du überhaupt treffen mit dem Jagdgewehr? Ja, ich hab uns einen scheiß Auto zu mir jetzt gegeben, das vor uns gefahren ist und diesen eben Typen. Bei Loot Lake hab ich den... Ey, Teddy, wir haben schon einen Mön geholt. Ja, ich so. Hab's gesehen. Willst du vielleicht das Neip Moon haben? Ja, wär gut. Hab nur einen Schuss. Warte, ich will bloß das blaue Jagdgewehr schnell nehmen. Ja, ich will nur die Moon haben. Perfekt. Perfekt, ja, perfekt. Sag, Cedric, Mama, ich hab tiltet geklärt. Ja, Cedric. Der hört dich. Ist echt so. Du bist behindert. Hä, wieso? Alter, was dein Depp, weil in unserer Gruppe ist. Achso. Hä, wo ist eigentlich dieser Ding? Ich kenn mich mit dem neuen Update nicht so aus. Digga, ich hab auch schon... ...diesen 8. ...dass bei seinen Eltern ausgezogen. Ja, okay, mal nicht. Frag mir an. Äh, Zone, wir müssen in Zone, äh, Bruder. Hä, bei wem hast du denn du, bei was hast du denn du nicht, Mathias? Na, bei Instagram, bei so nem Bild. Da läuft da, spielt ihr, ähm, tausend gegen die Zerjungvereine Krass-Nuski-Lul. Und da bist du vorne drauf. Äh, Rettetivana, da ist mir Japaner. Und dein Rennerkauf war bei Absperr, äh, ist mir Japaner. Äh, beim... ...abstell. Äh, nicht bei dem Absperr beim anderen Account. Aua, 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 Nasenblut, 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 Nasenblut. Zabat, 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 zabat. Ist das auch dazu zu sagen, dass du ja die ganzen Flüge aufgehst hast? Ja, genau. Ah, er hat ne Scheiß-Kampf, Digga. Man kann nix gegen den Uhren so'n machen. Tu. Ah, hat mich gesehen. Die Gewehr von euch guckt das gerade. Ja, zahle, Rettetiksa. Ja, du Blüterfixer. Mann, wann kriegen wir so'n Kack-Team-Mate, der sich am Arsch der Welt aufhält? Echt so, der andere war viel geiler, wo wir ihn hingeholt haben. Wer fand euch der Musik an? Ich. Ich hab TikTok an. Und Kogi an. Alles klar, ja. Soll ich Musiker machen? Ich scheiße, Alter. Musik lenkt ab. Ja, mach alles aus, was im Hintergrund ist. Nö, verdammt nochmal bereit. Das ist der Stream, damit ich euch nerven kann. Hauptgebiet. Achso, ihr seid wie da draußen. Achso, Nico hat eine Freundin. Ja, unser Nico. Der Typ, der mal bei uns reinkam, äh Tim, wo wir mit Juli gespielt haben, wo Xaver dann auch mit seinem Handy reinkam? Oh ja. Der Schwitzer Nico? Äh? Nein, 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 nein. Der Schwitzer Nico nicht. Schwitzer Nico, der war gut. Äh, der ist da so lächerlich. Nein, der steht vor der von meiner Freundin. Tim und ich haben so Sniper-Duell, ne, und der kommt einfach so mit Pam, allem drauf. Kann selber nix machen. Ich, aber, der steht vor der von meiner Freundin. Sniper, mach mal die Musik aus. Achso, ja, okay, gut. Der ist, der ist auch Nico. Äh, doch. Äh, nee. Äh, doch. Du Spaß hast mich auch nichts zu sagen. Äh, doch. Nee. Äh, doch. Deine Mom. Okay, stumm schalten, ich da kann. Sniper, keine Beleidigung, jetzt müssen wir den Stream abbrechen. Echt so. Ach, das stimmt, da war ja was. Ach, das mache ich schon die ganze Zeit. Mit Sniper, Judo und so alles. Tim, du darfst das. Ach, Scheiße, Tipper ist da so ein Kack-Rassist, wenn er schon... In den Schulen guckt er sowieso keiner. Es gibt... Natürlich. Wahrscheinlich du selber. Ja, Kappa. Ich bin immer so ein Scheiß-Rassist, wenn ich Fortnite spiele, ey. Digga, hat sich Gott auch grad das Wetter verfällt? Ey. Keiner gefällt. Ja, Digga, weißt du, ich mag hier da oben. Heimat. Nee, Vortl. Nee, was denn nun, Mann? Jerusalem. Jerusalem, Westl. Äh, man. Ich hab kein Bock auf Schwitzer. Vortl. Sagt der, der ein Töter schon's Kölzer hat. Heimat. Okay, auch in die Heimat. Was denn nun? Also ich gehe Heimat. Ich gehe Heimat, nicht können wir woanders hingehen. Okay, Heimat. Ich gehe Heimat. Ey, das macht ihr auch so einen geilen Sound. Wir haben uns mega gut entschieden und waren uns sofort einig, Kappa. Ja. 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 Hä, nicht? Alter, hier kommen so viel Schwitzer mit. Fünf Leute von Season 3, ey. Ich bin wieder. Nee, hier kommen sich mal eh noch mit. Ich weiß. Und jetzt. Die gehen alle Jerusalem. Ey, Leute, bei mir sind Gegner. Ja, ich habe. Waffen wurden mal wieder rausgepatcht. Oh ja, zwei Truhen, zwei MPs, super. Ja, ich habe endlich mal eine Waffe gefunden. Und Truhen wurden ja auch rausgepatcht. Bei mir gibt es keine Truhen, obwohl ich mich in derischen Haus bin. Digger, können Sie den Granatwaffen rausmachen? Der hat mich gerade in der letzten Runde ziemlich genervt. Echt so, und dafür die Pamp wieder rein, Alter. Ja, cool. Oh, ich habe endlich ein Spiel gewerren. Oh, meine Schwester, meine Schwester, meine Schwester, meine Schwester, meine Schwester. Ja, ist nicht so. Ja, spielt der Vorteil oder guckt der sich im Porn an? Beides. Beides. Wir machen ein Fortnite-Porno. Hey, Mörder. Mörder. Pommes. Das ist mein Vater, der hat sich heute als Frau verkledet. Pommes. Okay. Pommes. Was denn? Ich habe schon eine. Pommes. Pommes. Ich hatte es in dem Automaten gefunden. Möte, man hat gefunden, alles klar. Ja, dann. die war einfach so da niemand braucht niemand brauchen die Brustwo niemand und nebenbei nächste Runde gehen wir noch mal hier hin aber die dann nehme ich vorgescheuchelt dann zeige ich dir immer was kein Stroh ist was kein Stroh ist okay ja ich hab von den Tag getrunken man wir reden jetzt nicht über Jons Hirn Prozent Prozent dann besitzt es doch was aber nicht so gut denn wer von uns war noch mal Hauptschule Prozent der andere Sache ah so ein Ding ist das also aber wenn er den Hälften muss ja nicht heißen dass ich dumm bin der Film ist einfach nur faul ey schieße scheiß Wichser von der Reaktion so bobo 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 äh hier schießen welche Prozent Prozent man ist wieder auch für Schuss ja so viel Pfarrer und in den Weizten ist einfach der einzige der Maschinen weiß dass ich schieße die Hälfte er weiß ich schon nur die Stimme wenn wenn sie so nach Afghanistan geht erst mal Möschlüsse vorhanden also ich hab jetzt in Schacht mitgenommen Keper-Werker nicht Da Trink den Himm Warum? Tim ist so Der trinkt einfach nicht Also erstens, weil du keinen Blue-Lifer hast Und zweitens, damit keine Gegner den Krieg, falls du stirbst Na und lieber den Gegner als ich Ui 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 Ja, komm her Ach, Bruder Das war doch komplett Letzt L X-R-Pole Das gilt der Rede, die Partie, ich hab' extra sogar auf, dass Cedric die nie sieht, Alter Aber ich bin Ehrenmann und hab' dir noch gegeben Ja, wieso wieso ich so richtig Das ihm gegeben Und was von mir fühlt Ja, das ist richtig Ja, ich war nicht, danke Schmerzen Ja, nehm' ich nehm' ich Auch wenn er oder Wenn nicht runtergefallen wäre Nach deiner Meinung hat niemand gefragt Ja, ich wollte die eh nicht, ihm egal Dann nehm' ich halt hier die Ich brauch' mal, 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 ich bin mitgekommen Nee, lass mich schon in Ruhe Doch Hast mich beleidigt Ja, schön, danke, Sir Trigg oder John, wer auch immer Ahhhh Ja, Tim, wie war das mit dem? Trink den Schak-Schak Trink den Schak-Schak, bevor ich hab' den Schak-Schak getrunken, der Brauche ich den doch Brauche ich den doch Der, ich mach' die Tür vorm, jetzt, ich bin so ein Dolif Nein, ich will, ich will noch mit rein Ja, verstehe Tim, wir helfen dich hoch Nö Ja, genau, was gibt Tim hier denn für ne Kombo, Alter Digga, den meld' ich Alles klar, Digga, die haben 100 AP, ist dein Großvater Hä, du hast 100 Digga, er schluckt mehr als alles andere Digga, der Typ frisst mich zweimal hintereinander mit der Pump, Alter Ja, Digga Hey, Ed, was ist mit dem? AIMBOT, AIMBOT Achso, ist so Digga, what the fuck Hey, so'n Scheiß-Decker Beim Win komplett gehypt und jetzt alle so komplett lost Digga Nö Alles Cedric Schuld Ja, es ist ja, sorry Seite drin, ich hab' auch noch jemanden gemacht, aber Ja, seid du drin, bis läuft's nicht mehr No Vielleicht liegt so an dir, weil du nur strifst Man redet mit Also, vorn hatte ich drei Kills, wenn ich war Ich hab' vorhin mit Tim, wo ich mit Tim und wenige Spiel zu warten, ich bin Und bin dann direkt, weil nicht drei, weil drei Leute gefruscht haben Ja, Pech gehabt, musst du rein pushen noch mal Also, Exama bereit hat meine Idee Warte, ich war Gott Ich bin Ehrenbruder Ben Ein Scheiß bist du Deine Mom bist du, warum bist du, No-Skin? Weil ich krass bin Weil er nicht kann Ja, sag' nicht, No-Skins Sonst kommen die OGs Ich sag's euch Ich bin mit der Sichel? No-Skin ein Leben lang Wollen wir die nächste Runde 1-8-Nosekin-Army machen? Nee, ich mach' auch sie Wie spät haben wir's eigentlich? Der, das ist, das ist noch nicht mal 22 Uhr, lol Spät genug Ich war einfach ne fucking Stunde Ich war drei Stunden bei diesem Kack, ne? Und wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Nicht da, hab' ich die Null gewählt oder warum redest du grad nicht? So, und du solltest mal dein Maul halten, ne? Nee, Digga Wohin? In deiner Mom Retail? Ich geh' nicht, Peter Ich geh' nicht, dass der größte Tag ist Einfach zurück wie du Okay, also Heimat Also Lucky Okay Wer ist denn bitte blau? Ah, Tim ist schon gefühlt Tim wollte Retail gehen, oder? Tim ist absolut los Ist auf K Kappa Tim tut wie du sollst, wenn wir ihn nicht mehr Digga, der gehört er wieder, dass ich den einlade Gar keinen Bock auf den Kuchen Bananasquad Ja! Kommt der mit? Ja, ganze Bananasquad Pain! 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 Pain, Bruder Geschütz ist da! Pain ist jetzt auch grad am Livestream, Kappa Ey, ich hab'n Jagdgewehr ist nicht euer Scheißlein, so bei mir sind alle Gegner gefühlt Komm, geh an die Kiste, geh an die Kiste! Tim geht einfach so ulti Echt jetzt? Echt jetzt? Button, Bot Komm, schön hoch die Ruhe Digga, das war die lostigste Falle, die ich je platziert hab, aber egal Ich hab' das schon, oder? Digga, wer hat hier ihn gefützt? Ich hab' er Ja, moin, läuft bei dir Hast du die Bananenköpfe mal gesehen? Einen hab' ich schon Einen hab' ich schon Ich komme, wenn ich gelootet hab' Oh, da bist du echt fertig da Dann hat Zauber schon alle tot Zauber weg Wir haben sie nie aufgetaubt War nur einer bisher, oder? Den hast du Oh, Bigness muss ich nie im Ding haben Los Okay, ich komm' Zauber Da hielt irgendwer hin Ich hab' auch aimt Digga, die laufen jetzt zu dritt rum Wahrscheinlich er ist maximal lost, John Er ist low Aber triffst du ihn nicht, oder was? Digga, ich hab' den scheiß Biggie in der Hand, ich hasse mein Leben Nein Du Ju, der finischt wieder die dreckige Zauber komm Zauber Komm, Zauber Fick ihn Mann, ich hatte meinen scheiß Ich hatte meinen scheiß Biggie in der Hand So'n lecker Zauber, der ist lost Ey, er ist ein Schlosser, der ist low Ja, der hat keine Ehre Ah, keine Moni Äh, das war's komplett Ich tue mal wegkriechen, ne? Irrenmal Da vorne liegt Moni für dich, Sarah Sehr schön Nimm mal die Neustart-Nimm die Neustartart Nimm mal die Neustartart Nimm mal die Neustartart komm, ey, hey, 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 hey aber, oh, da, wenn du Errebesitz machst du mich jetzt hoch er kann uns beide hoch holen ja man kann gleichzeitig was wirklich gut ja nimm halt nimm halt nimm halt nimm halt nimm ja ja ist doch egal hier legt doch genug drum ja das stimmt aber keine mün ja das ist richtig oh ne papp da muss aber dann noch ein bisschen abgeben äh ich ergriff mich erstmal kurz und dann komme ich gehe ich kurz viel ok schön wie das Tim im Stichlitz aber egal hätte mit dem machen sollen ja was ist mit Tim kann ich mal reden der hat sich sehr viel lautlos gestellt oder sagt einfach nix kannst du uns jetzt mal hoch holen bitte Jinger chill doch mal dein Leben ey war gut dann gehe ich halt voll un-equipped dorthin lassen doch erstmal looten mein Gott wir haben doch genug Zeit ja wir haben trotzdem noch genug Zeit weil dann kommt so ein kacktes Team und dann habe ich so ein Lauch Lauchwachen Lauchwachen wie hättest du äh ok hier könnt ihr zu ihrem Blut springen beschrieben ja hier das Nacht הק werden wir Prosgrade specific proche ja ich bin drauf aber es drückt wieder nix Bist du noch irgendwo einer? Nein, das ist nur da einer Ja, ja Da sind doch zwei Mann, von hinten, dieser böse Drecksbesser Ach du, Digga Mann, ey Ich hab auch ein Endo Äh, warum solltest du? Du brauchst doch keine Waffen Ja, Digga, und wir stehen mit ner Pistol da, wenn uns mich über renn, ach so ist aber Ja gut, da liegt überall Lutron vom Husten King geholt Bist du schlau, die haben uns angegriffen Oh, die haben uns geholt Junge, da holt man sich erstmal schnell ne Dings mit E-Magazin und das reicht dann Echt so, wenn man eben hat Das muss dann reichen Wenn ihr bist halt gearscht Oh, danke Ja, danke, danke Tim Reden ist nicht drin, oder? Warte, ich merke doch Dings Fass Tim Tim Mit seiner Party Äh, guck mal auf WhatsApp Kurze Frage, kann sein, dass Dings genauso nervig ist der Göder wie, äh, Zedrick? Ich hab einfach keinen Bock auf den Jungen, der denkt wir müssen, äh, er kann einfach nichts Ja, also, laufst Dann halt da rum, wenn wir denn die wiederbeleben Let's go, neue Runde, neues Glück Ja, ja Wir spielen seit einer Minute 16 Achso, ja Ist Mama schon da? Wer da war sie, woher? Meine Schwester war grad bei mir, ja Achso, Lull Vor allem näher auf YouTube, heißt der Göder einfach muss los Ja, dann muss ich los Hallo, have you a mic? Have you a mic? Have you a mic? Have you a mic? Christmas lama? Hallo? Christmas lama? Hallo? Ja, moin, Digga Sauer, wo gehen wir hin? Keine Ahnung, Tim Mal geh' mal, wo du hin willst Okay Okay Oder warum kriegen wir immer Mails, die keinen Mic haben? Das fackt so oft Und dann haben wir noch zu machen Wir gehen wieder an unsere Camperstelle, oder? Vor uns, als du weg warst, haben Tim und ich Ja, okay Wir gehen unten nach Haus, John John unten nach Haus Komm hier weiter Och ne, Fuss Okay, ich bin weg Ich bin weg Fussballskill Och ne, Digga Och ne, Digga Digga, das war's an der Stelle mal wieder komplett Bei mir ist noch ein G-Skin Muss groß Sag mal, vor uns haben wir so mit Tim gespielt, ne? Ich geh Shifty aus Baumhaus Mach, ähm, Spray Tanze und alles Dreh mich um, auf einmal steht hinter mir ein Lama Stand einfach genau hinter mir, oder? Wo kommst du denn her, du blöder Tricks, Pisse, alter Ich helfe dich hoch, äh, dir hoch Ja, vergiss es, ich bin schon raus Was? Really? Was? 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 Du, Xaver, ich hab ein Kill Cool Man, scheiß was Krieges Ja, moin. Das war's auch mein Mate. Diga, der Scheiß-Uhr an so einem Antonin-188 zieht. Ja, ich bin raus.